Musik In einem anderen Land, vor langer Zeit, lebt im Urwald eine Tigerin mit ihren Jungen. Eines Tages kommen Jäger und töten die Jungen der Tigerin. Von da an streicht die Tigerin ständig um die Dörfer der Menschen. Und eines Abends greift sie ab. Schickt eure Soldaten nicht aus, Majestät. Damit würdet ihr die Tigerin noch mehr reizen, sie noch gefährlicher machen. Nur eins kann sie friedlich stimmen. Ihr müsst ihr euren Sohn schicken. Den kleinen Wen. Meinen Sohn soll ich opfern? Aber der kleine Wen ist ganz ruhig. Er hat keine Angst. Ich hab keine Angst. Die Tigerin will sich gerade auf meinen Stürzen, aber als sie ihm in die Augen schaut, da erinnert sie sich wieder. Die Tigerin kümmert sich Tag und Nacht um den kleinen Wen und bringt ihm alles bei, was kleine Tiger können und wissen müssen. Aber weit entfernt in ihrem Palast leben der König und die Königin und sie sind krank vor Kummer. Die beiden wissen gar nicht, ob ihr kleiner Sohn überhaupt noch lebt. Der König ruft seine Soldaten zusammen, um die Tigerin zu töten. Halt! Halt! Nicht schießen! Zurück! Ich versichere euch, Majestät, ihm wird nichts geschehen. Es wird nichts geschehen. Das war er também. Warum? Äh! Das war schön! Sehen wir mal so, wie ihr könnt... Gehen wir mal so. Gehen wir mal so, wie ihr euch seid. Die drei sind noch nicht. Gehen wir mal so, wie ihr euch seid. Gehen wir mal so, wie ihr seid, am liebsten. Untertitelung des ZDF, 2020